Hey, wir sind Chris und Patrick von dem Wii on Earths und wir messen uns jetzt in einem Multiplayer-Duell. Wie heißt das Spiel? Code 51 McCurry, ne? Er hat's auswendig gelernt. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach rein. Ich nehme die Playstation VR-Brille, du nimmst die Oculus Rift. Cross-Plattform! Was? Cross-Plattform, hallo? Cross-Plattform, Cross-Chris-Cross. Ja, Mann. Okay, also, los geht's. Tutorial machen wir nicht, Practice machen wir auch nicht. Nee, Practice machen wir auch nicht. Settings, es gibt nicht viele Settings, aber darauf kannst du ja auch mal kurz eingehen, wenn du willst. Gibt's doch, ja, also es gibt halt... Ja, also das sagt ja, dass du halt einmal diesen Anti-Motion-Sickness-Modus hast, mit dem du deine Formung quasi, damit du diesen Kreis gegen Motion-Sickness ein bisschen hast, so die Absperzung bis Rande zu sein. Kannst du auch normal reden? Nee, kann ich überhaupt nicht. Und du kannst halt bestimmen, ob du dich mit dem Kopf drehen willst, in die Blickrichtung drehen willst oder halt mit dem linken Stick. Das sind so deine Einstellungen, die du machen kannst. Ja, was du eigentlich sagen wolltest bei dem Sichtfeld, ist, dass das Field of View sich verkleinert. Ja, so jetzt kann ich mir meinen Mech aussuchen. Es gibt momentan anscheinend drei Sorten und einer ist... ne, vier sehe ich sogar. Ja, vier und einer ist aber noch gesperrt bei mir. Ja, vier und einer ist gesperrt. Da steht da, ja, gesperrt. Da sieht man, was für Waffen die haben, was so deren Werte sind und Stärken und Schwächen und was für Superfähigkeiten die haben. Ja, also es ist auch ein bisschen typisch. Da gibt es halt dicke, langsame... Ja, ist auch absolut kein Problem. Also das ist eigentlich so, wie ein Spiel halt auch sein muss, ne? Ja. Wenn du das so in die Richtung schieben willst. Ja. Willst du starten? Ähm, warte, ich suche mir noch einen aus. Aktivate Blaze, ich glaub... Wen hab ich denn gemacht? Ist das der? Patrick! Ich gewinn doch sowieso! Der ist unser Ding. Patrick! 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 Ich nehm einfach den hier. Ich starte. Okay, das heißt, ähm, ich guck jetzt wieder vor meine Rivals. Ich finde wieder keinen. Okay, bist du drin, bist du drin, bist du drin? Ne, ich hab 3, 2, 1 bis zum Laden. Das heißt, ich komm jetzt in den Ladescreen. Okay, dann 3, 2, 1, let's go! What the fuck? Was zur Hölle? Wer war das? Wenn ich jetzt dafür bin, die plötzlich vorher angreifen, ne? Ja, ich weiß. Ich wurde jetzt direkt von einem verfolgt, aber ich hab... Au! Ja, das war ich. Oh Mann, ey. Aber das ist echt so ein Ding, ne? Wenn einer hinter dir ist... Üben, Alter, üben! Das Drehen dauert halt so ein Stück, weil du halt so ein scheiß Mac bist, ne? Jaaa. Finde ich aber auch gut, muss ich sagen. Gehört zum Spiel dazu. Gehört zum Spiel dazu. Wenn man den falschen Roboter am Anfang auspielt, hat man dann halt gleich Gas. Ah! Oh! Nein, Mann! Du kommst dann dauernd von... Weißt du? Ich mach so richtig spannende 1v1s und dann kommst du von hinten und sagst, ich töte dich! Ey, du hättest den Typ nicht mal gekillt, hätte ich dich nicht unter Schutzfeuer. Ich hab ihn gekillt! Ja, aber ich hab dir geholfen dabei! Du hast den Scheiß-Dreck! Na klar hab ich dir geholfen! Tu mal jetzt nicht so, ja? Ohne mich, da wärste nix... Oh, jetzt hab ich auch schon ins Menü geöffnet. Weg hier! Weg hier! Aaaaain! Ja, das war ein bisschen dumm. Oh, ich muss sagen, ich glaub, das Spiel kann echt Spaß machen so. Wenn die da noch ein paar mehr Macs reinhauen vielleicht. Ja. Also die Maps sehen halt echt gut aus, muss ich sagen. Ja, auch auf der Playstation VR erstaunlicherweise richtig gut. Also das halt müssen wir. Jetzt gibt's Hack-Mac. Ey. Oh. Ey, ich glaube, da kann man echt so sein Skill-Level, was so diese Shootouts angeht, echt krass hochsteigern. Man hat hier diese kleinen Power-Ups, die einem anscheinend mehr Stärke geben. Ja, dann kriegt man bis zu drei Sterne, ne? Siehst du unter der Schussanzeige. Oh, Junge, 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 wie ich dich nass. Mach doch schon das dritte Mal. Ja, und ich finde auch die UI sehr geil eingebaut. Also ich sehe hier meine Fähigkeiten, X und Y, was auch über R1 und R2-Triber war, ist. Ich sehe mein Leben, ich sehe... Okay, was mein Radar alles sagt, das weiß ich gar nicht. Wo sind überhaupt die Bots hin? Ich hab lang kein Bot gesehen. Ja, ich auch nicht. Vielleicht killen die heute mehr. Oh, 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 what, what? Da ist einer. Und der hängt grad fest. Oh, jetzt bewegt er sich. Oh nein, jetzt bin ich auch noch gegen den... Oh mein Gott, ich bin so... Und ich kill ihn für dich. Ich hab ihn noch gekillt, ich hab's Dominating gehört. Was? Ich hab den noch gekillt. Du hast Dominic gehört? Dominating. Yes. Du bist übrigens Dritter hinter einem Bot. Ich hab grad einen gekillt, ich bin wahrscheinlich nicht mehr Dritter. Doch. Wenn du mit B drückst oder kreifst... Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Das hilft dir aber auch nicht. Oh, fuck, der Bot hat mich gekillt. Nee, ich war das. Was? Ich hab von hinten meine Rakete auf dich gestanden. Ja, das bist du so hinterhältiges Schwein, ne? Du hast mich zwei oder drei Warten getötet. Ist schon gut, ne? Boah, ey, ich hab mittlerweile voll das Aim raus mit dem. Das ist so der Wahnsinn. Und ich finde auch so diese Mobilität, die man... Also die eingeschränkte Mobilität, die man halt schlau einsetzt, ist echt cool. Oh, schade, jetzt hast du mich getötet. Easy war das, muss ich sagen. Ja, ja. Hättest dich auch mal wehren können. Ist nicht so dein Ding, ne? Das Spiel. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ja, ich war wieder hinter dir. Das finde ich ehrlich gesagt relativ cool, dass man sich so langsam drehen kann und so ein bisschen eher so auf Flüchten sich einstellen muss. Das sagt der, der den Schnellsten meckgenommen hat. Wer sagt das denn? Nur weil ich einen Dash hab. Nee, du hast den Schnellsten, glaub ich. Ich hab's nicht so schnellste. Ich war ja nicht grün, ist doch klar. Und auch so die Magazin-Anzeige ist dann früh neben den Schüssen. Ah, schade. Hätte ich dich nicht zerlegt, hätte ich dich zerlegt. Ja. Bubble, Hannes, du. Aber ohne Mist, die Texturen und alles, das ist alles peak fine, muss ich sagen. Bot-Kill. Oh, fuck. Schieß ich da eigentlich durch, durch das Schild? Ja, du schießt durch. Ah, okay. Der typische Overwatch-Trick. Ja. Hast du den echten Solo-Stift gesehen, oder was? Oh, mein Gott, war das knapp. Oh, ich bin so low. Ich bin so low. Lass mich rüber, lass mich rüber. Ich hab noch 7, 7%. Wo ist Heilung? Ah. Ah. Wo ist Heilung? Da ist Heilung. Oh, ich komm da noch hin. Wow. Und man regeneriert sich übrigens auch über zwei. Oh, wacht, warte, ich hab dich zweimal abgeschossen, als du nach Heilung gerufen hast. Als ob du beschädigt gewesen wärst. Wie gesagt, man regeneriert sich tatsächlich über Zeit auch. Ja. 303 Punkte, du hast 133, du bist Dritter. Ja, weißt du warum? Weil ich dir eine Chance gelassen hab, aber jetzt in der nächsten Runde nicht mehr. Ja, ja. Das find ich auch ganz cool, diese Commendation-Szene quasi. Ja, ich nicht, weil ich Dritter bin. Ja, du immerhin bist zu sehen, als Vierter bist du halt nicht zu sehen, ne? Ja. Und um mich fliegt Konfetti. Was ist das denn, bei vier Leuten Dritter werden? Ja, aber können wir nochmal die Modelle wertschätzen, die halt echt schön geworden sind. Es gibt hier auch ein Level-System, wie man hier unten sieht. Können wir jetzt in einem Spiel zusammenbleiben? Äh, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich hab den Ninja unlockt. Was hast du unlockt? Den fünften Bot. Was? Warum das denn? Ich hab ihn unlockt, weil ich Level 5 geworden bin. Du Arsch, ich bin noch Level 3. So, ähm, ich muss jetzt wieder auf Multiplayer raus. Ja, wir müssen leider eine neue Runde starten, aber zum Glück geht das recht schnell. Ja, also das... So, ich probier den direkt mal aus, ich kenn seine Fähigkeiten noch gar nicht. Also er heißt auf jeden Fall, ähm, Difficulty Veteran. Also er ist schwer, aber super schnell. Was? Das ist doch unfair. Und fragil, also ich kann nicht viel aushalten. Du bist fragil? Meine Fähigkeiten, EMP und Leap, okay. Ähm, ich geh schon mal an der Mage, okay? Ja, ja, ja. So, das ist der Bot, den ich abgeschießen wollte. So, ich bin drin. Ja, aber das klappt immerhin ganz gut, weil wir gerade die einzigen zwei Spieler sind. Aber ey, ich glaube, wenn man das echt mit ein paar Leuten spielt, kann man da echt Spaß dran haben. Und wenn man das auch ein bisschen supportet, kann sich das auch halt geil weiterentwickeln, ne? Ohohoho! Wow, nein, nein, ich bin so fragil. Ah, fuck, war das dumm. Dein Schild ist, glaube ich, gegen mich richtig gut, ey. Ich spiele halt auch richtig gut. Shit. Aber okay, ich spiele auch einen Bot, der die Schwierigkeitsstufe Veteran hat, ne? Killings. Ja, egal, was du spielst. Ah, Mann! Easy, dominating. Kack, ich bin letzter, ey. Oh Mann, ich habe mich so auf dem gehypt und der ist so kacke. Meine EMP macht Leute unfähig zu schießen. Dann werden die quasi zu einem Dupus probieren. Ja. Ohohohohohohohoho. Das war knapp. Was sind deine beiden Fähigkeiten? Also du hast das Schild und kannst du auch dashen oder kannst du hochspringen? Schild und Dash. Und Doppelsprung halt, ne? Ja, klar. Ich glaube, es gab noch einen, der kann statt nach vorne dashen, hochspringen. Also nochmal schneller hochspringen. Und höher. Die Bots sind ein bisschen besser als du. Da muss man aufpassen. Ahahaha. Oh, ich finde das mit dem kleinen Dash ist echt geil. Da hat es geleckt, ey. Sag ich jetzt nur so. Killing free. Oh. Als ob die EMP ja nicht gereicht hat, um dich zu treffen. Nee, die war zu weit weg. Aber ja, ich bin auch ein Nahkämpfer. Das ist so ein bisschen ein Problem hier gerade. Also meine... Ich habe halt eine Schrot, ne? Hat der Entschluss zum Rücken gekommen? So, ich bin wieder Zweiter hinter dir. Immerhin nicht Dritter, so wie du es eben warst. Oh, what? Oh. Oha! Unfair. Nicht von beiden Seiten angreifen. Ein bisschen abseits. Unfair. Alle auf mich, ne? Naja. Ah, Mann. Füllung Spree. Bist du auch gestorben? Nö. Warte. Ah, fuck. Wer ist Platz 1? Kannst ja mal nachschauen. Ne, kann nicht sein. Das war doch nicht. Nicht? Ne. Yes. Und ich finde es auch schön, dass die Maps so viel Tiefe bieten. Also relativ viel Tiefe. What the fuck? What the fuck? Nein! Oh, du... So ist die Sniper, gell? Also du schießt relativ gerade und schnell, ne? Ja. Das fällt mir richtig gut. Ja, ich fand die eigentlich auch ganz cool. Ah. Ich muss halt, glaube ich, wenn ich nicht im Nahkampf bin, einfach nur fliehen. Ah, fuck. Ja, ich halte dafür nicht ganz so viel aus. Habe ich mit keinem Eindruck, aber... Ja, ich halte halt noch weniger aus. Ich bin halt fragile. Fragile. Ich hab dich gesehen, kleiner Boy. Pass mich auf und nimm dich. Oh. Ah. EMP perfekt eingesetzt, ey. Fuck, Lucy Trips ist Platz 1. Was geht da denn ab? Wie lange haben wir noch? Nur noch 58 Sekunden. Sollte ich das Daschen auch noch mehr benutzen? Ja, ich benutze es permanent. Also ich finde das mit den Doppelstrümmen und Dash, das ist sehr gut. Oh, was soll das denn? Doch nicht jetzt so kurz vor Schluss, Mann! Und ich krieg noch die Heilung? Und krieg ich den ein? Nein, nicht wahr sein. Ja, fuck. Noch 18 sind's. Oh, ich hab noch einen gekriegt! Boah, ich seh die Zeit grad nicht. Jeder Mac hat die auch irgendwo anders, ne? Aber... Ja! Nein! Du bist vor mir! Ende! Das Spiel ist vorbei! Chris hat es wieder geschafft! Nein! Er ist einfach der beste Spieler auf diesem Planeten! Da ist der Chris! Oh Junge, ey nee! Im letzten! Schau dir den Chris an! Wenn du lernen willst, wie man was kann! Machen wir noch? Also mir macht das Spiel echt Spaß, muss ich grad sagen! Welchen nimmst du wohl? Der Sniper, den will ich nicht. Nimmst du schon wieder den gleichen eigentlich? Ich weiß es nicht, wenn ich ihn nehme. Jetzt hab ich dir das verrate, oder was? Denkst du, ich bin so dumm? Ah, wenn ich mich umdrehe, seh ich meine Projektile auch! Wenn ich mich umdrehe, seh ich sie nicht! Ne, ich mein, dann weiß ich auch, wie meine Schüsse aussehen! Ah, das war der! Okay! Okay, fang an, los! Wenn du willst, kannst du schonmal rein! Okay! Sag dann, wenn du drinnen bist! Was hab ich hier für Fähigkeiten? Press and hold the jumper! Ah, okay! Springen kann auch verschiedene Fähigkeiten haben! Das wusste ich gar nicht! Mit dem kann ich hier länger fliegen! Ja! Crazy! Ja, okay! Sag dann, ready! Ich bin drin! Battle starts in 4, 3, 2, 1, 0! Loading! Also, die brauchen auf jeden Fall noch eine Lobby dann irgendwann! Wobei eine Lobby-Cross-Plattform ist natürlich auch mal... Hast du mich gefunden? Ja, genau! Ich warte jetzt im Ladescreen! Also, das funktioniert tatsächlich! Stand jetzt! So, da bin ich! Boah, ich glaube einer hat schon einen dicken hier gerade! Was soll das denn, hä? Der ist halt oberkrass! Mit dem kann ich halt voll lange fliegen! Ming, ding, ding... Ring, ding, ding! Ding! Ding, ding, ding! Oh, schade! Van voorbij damit! Du bist zum Altmetall mein Freund! Aufhören, 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 nicht mich beschließen Ich hab den ganz schnellen, keine Ahnung Springst du hoch, wenn du B drückst? Ja, ich fliege halt so ein bisschen Ja, und mit B machst du so einen Jump nach oben, ne? Und ich kann die Raketen abfeuern in so einer Salve Ja Oh fuck Oh nein, da ist noch einer Oh Jesus Killing Spree Oh, ich brauche mal Heilung Das Fliegen ist voll geil Ja, ich mag den auch Boah Das ist meiner, was denn? Ey, du Arsch Oh, Alter Ja toll Ich war ja schon halb tot durch den anderen Das war ja voll unfair, du mit deinen Abstauberpunkten Ja, aber ich hab beide mit zwei Schlüsse Was? Au Wo hab ich's dir von hinten gegeben Hm Was soll das? Ich kann mich nicht so schnell umdringen Das ist das Schöne, ich mag das Dass du dich nicht so schnell umdringen kannst Ja, ja, das weiß ich Ja, das ist, ich muss wieder den Lidern nehmen Das ist wirklich nicht so Was musst du? Na wen hab ich da gekillt? Da ist der kleine Patrick Hatte ich den kleinen Patrick Hatte ich den kleinen Patrick Oder hat er sich selbst in Gefahr Du hast dich selbst umgebracht? Du bringst dich immer selbst um Ah, shit Ich bring mich nie selbst um Immer Wow Mein Kill Mein Kill Ah, lass mich doch Was ist das? Ich werde mich verarschen Du kannst mich verarschen Oh man Oh du so wieder Warum kriegst du mich die ganze Zeit? Weil ich clever bin So ein clevereres Kercher What the fuck Ach Alter Wie kannst du denn jetzt schon vor mir sein? Das geht doch nicht Ich bin voll am abgehen Und du turtelst so vor dich hin? Ich lebe von Abstauberpunkten Ich geh das ganz offen zu Oah Das ging Ich helfe Und das hat mich Oder Fils Eine Und wieder in der letzten Sekunde? Willst du mich verarschen? Ich war alt. Wer ist der beste Spieler auf diesem Planeten? Es ist Chris! Oh mein Gott. Ja, was denn? Wer nichts kann, der muss bestraft werden, ne? Oh mein Gott. Siehst du es jetzt ein und gibst es endlich auf? Oh mein Gott, das kann es nicht sein. Oh mein Gott. Ja, ich glaub... Okay, jetzt haben wir mal... Machen wir Schluss. Jo. So, das war's. Ich finde, das allergeilste Spiel, was ich je gespielt habe. Weil ich zweimal gewonnen habe. Es freut mich, es freut mich sehr. Ja, also ich muss sagen, mich hat das Gameplay sehr überzeugt tatsächlich. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, so diese Mecha-Games. Also ich persönlich finde es nicht so geil, du findest es eher schon cool. Ich finde das immer gut. Aber mich als nicht so Freund von Mecha-Games, mir hat das echt Spaß gemacht. So diese Mechanik, dass du relativ mobil sein kannst mit deinen Fähigkeiten, dass du relativ viele verschiedene Mechs anscheinend auch freischalten kannst, die verschiedene Schussarten haben, verschiedene Schwierigkeitsstufen, verschiedenes Tempo, also sehr individuell sind. Ja. Verschiedene Schusstypen vor allem. Du hast hier ein langes Haar. Oh. Du bist ja dieser Sniper-Freund gewesen so und ich halt so diese Raketenkugeln schießen, Granaten schießen da. Ja, in der ersten und in der zweiten war ich ja auch ein schnellerer, kleiner Bot, auch mit Raketen. Ja, da waren wir da gleich, ja. Ja. Es hat mich überrascht, es hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Auch von der Optik her. Ja, ich muss aber auch da anmerken, dass irgendwie die ersten 1-2 Runden fand ich irgendwie lame, auch noch die ersten 3 von mir aus, bis ich irgendwie so ein bisschen mehr dahinter war, okay, wie muss ich mich positionieren, wie muss ich mich bewegen. Man muss ja irgendwie auch die Maps erstmal kennenlernen. Man muss schon auch umdenken, ja, weil man ist halt nicht mehr irgendwie so ein kleiner Soldier, der da irgendwie rumrennt, sondern man hat halt diesen großen Map. Man kann sich auch nicht schnell drehen, ne? Ne, man dreht sich immer sehr langsam, deswegen wie im Gefängnis immer mit dem Rücken zur Wand laufen, am besten. Okay. Okay. Es macht auf jeden Fall Spaß, Cross-Plattform, kostet glaube ich knapp 20 Euro so in dem Dreh, irgendwas, also nicht so teuer. Sie brauchen auf jeden Fall noch eine Lobby. Ja. Es hat auch nur diesen Multiplayer-Modus, außer diesen Practice-Mode noch und diesen Training-Gedöns, diesen Tutorial. Es gibt jetzt keine Story oder so, die man durchspielen kann. Du musst es aber auch nicht haben, ne? Ich meine, viele Spiele haben das nicht, also so kompetitive Spiele, sag ich mal. Ja. Also ich find's cool. Ich find, es ist nicht das allerbeste Mac-Spiel, was ich je gespielt habe. Aber es ist cool. Ich fand ja auch Rigs damals cool und so. Es macht halt einfach Spaß, in so einem großen Klopper rumzurennen und Multiplayer zu spielen. Und gerade wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen, hat das natürlich auch eine andere Dynamik. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch ein großer Indikator auf jeden Fall für mein Gefühl halt. Ja, das Problem am Spiel ist, dass es halt aktuell wirklich, wenn wir jetzt gespielt haben, kein anderer reingekommen ist. Das heißt, hätte ich jetzt alleine gespielt, hätte ich halt gegen drei Wurz die ganze Zeit gespielt. Als ich ganz, ganz, ganz am Anfang so erst mal... Ja, da war mal einer da. Da war mal einer noch dabei, ne? Ja. Also deswegen auf jeden Fall ein Spiel, Cross-Plattform, sich mit Freunden zusammentun, hoffen, dass es nicht viele Spieler gibt und zusammenspielen, ne? Ja. Oder ich denk mal, wenn man gleichzeitig joinen sollte, das auch so ein bisschen... Ja, das hat geklappt, weil es halt keiner spielt. Ja. Okay, aber vielleicht spielt ihr es demnächst. Ähm, wir sind Chris und Patrick von dem We are Nerds. Peace. Haut rein.